Ich habe hier nicht Eisen, ich weiß. So, hier fehlt noch so eine Strasse, ne? So, da, 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 dann mal da rüber. Naja, die schwindet aber selten. Warum nicht hier neben Eisen? Da kriegen wir hier auch einen Stockpile unter. Ein kleines zumindest mal. Was braucht ihr denn hier für kleine Dinger? Die Strasse und die Strasse? Musik Wir haben nur noch ein Kind, Nachwuchs ist wirklich absolut ein Mangelhahn momentan Wir bauen jetzt einfach mal eine Schule hier hin 81% 2. 2. 2. 3. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. Viel lieber DOV, oder? Was fehlt uns? Eisen, genau wie immer. Die Schuhe müssen noch gebaut werden, Material ist alle da. Da brauchen die vielleicht ein paar mehr Häuser, um wachsen zu können. Ich will die sonst auch gar keine mehr anfordern, deswegen ist es wundert mich. Da kommt jetzt gerade noch drei neue Häuser und gerne auch noch eine Strasse hier hinten her. Fleißige Mädchen unterwegs hier. Oh, hier arbeitet niemand. Das können wir ändern. 96% voll. 0% voll. Wir haben auch keinen Lehrer, das können wir auch ändern. Was sollen wir jetzt noch über andeuten? 6 Stück. Das passt so ansatzweise. Ach, die sind hier zusammen. Ein Elfjähriger mit einer 27-Jährigerin. Ja, das kann man vielleicht als eben verstehen. Naja. Ja. Joa. Joa. Hier eben das eine, ne? Joa. Hier sind ein paar Rindviecher oder Hühner oder so. Können wir euch eigentlich auch noch ein paar Häuser hinklatschen? Wenn es nicht schon wieder Winter würde. nein. Deidanne. следzt du über den auch 2? cioще. Ja. Bisschen ist auch voll. Boah, 5.000 Pfd haben wir schon. Eingebiete. Was können wir denn mal hier noch mit rüber nehmen? Dann haben wir den am meisten. Pepper. Oh. 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 auch ein bisschen abgelegen oder so mal in der von hierhin was gut losseiten die nächsten Tage Das war's. UNTERTITELUNG Einen Studenten haben wir. Unser erster Student. So, 21 Gräber haben wir auf unserem Friedhof. Ich habe jetzt fast erwartet, dass ein klein bisschen mehr ist. Und jetzt den zweiten Förster setzen. Das wir erstmal bauen, damit ich besser sehen kann, wie man die Straßen anbindung muss. Was fehlt? Stein. Ich bin ein Händler. Er hat uns nur Eisen mitgebracht. Den könnte ich jetzt so gut wie gar nichts kaufen, ja? Keine Samen und nichts. Oh ne. Okay, es gibt also verschiedene Händler, die mir verschiedene Sachen mitbringen, die scheinbar dann auch immer nur das haben wollen, was sie selber auch verwenden können. Die ganzen Lebensmittel würde er jetzt schon wieder nicht haben wollen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020